Hallöchen Leute, willkommen zur zweiten Episode von Rocket Lead. Ich begrüße euch zum genialsten Indie-Game überhaupt, was auf Fußball-Ebene angeht. Ja, es gibt kein genialeres Indie-Game, wo richtig Spaß macht. Wir haben gleich ein 3-on-3, da freue ich mich so richtig drauf, gleich sofort ein Battle zu finden, ohne dass wir lange warten werden. Richtig cool, richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf auf die zweite Episode. Die wird bestimmt gradios. Ich bin so richtig und heiß drauf, muss ich ehrlich sagen. So, ich bleib mal hinter, weil das ist mir zu viel getummelt da. Schauen wir mal, wie wir das jetzt am besten erledigen tun. So, zum Auftakt des Nummero 2, die Episode. Was machen wir? Oh, scheiße, warum tut ihr mir die Kugel weg, Baller? Oh, sehr gut. So, ich hoffe, dass du mir jetzt ein... Ja, er legt mir den Pass. Nein! Scheiße! Das war echt knapp. Schade, das hätte echt klappen können. Das hätte wunderbar klappen können. Hätte ich das besser hingehen. Und... Na, was solltest du vollhorcht? Ich liebe sowas. Geh mal auf Abwehr. Falls es kommt. Die kommt, die kommt, die kommt. Und... Bäm, weg. Weg die Kugel. Oh, gut. Wunderbar. Wunderbar. Nein! Das ist unfassbar. Den hat er aber schön weggelegt. Schön weggezwiebelt. So, was sieht's aus? Ja, und, und, und. Und, kriegen sie die weg? Ja, sie kriegen sie weg. Wunderbar. Und, 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 und. Mach deinen Pass. Mach deinen Pass draus. Ja, er macht den Pass. Er macht den Pass. Er macht den Pass. Er macht den... Und... Nein! Ich hab ihn daneben gesetzt. Schade. Aber der... Der... Wow! Okay. Okay, das war alles da geplant von mir gerade. So, gut. Ich komm, ich komm. Und weg mit der Kugel. Und jetzt komm. Und nochmal weg. Sehr gut. Den hab ich schon mal gut rübergelegt. So, mal schauen, was der draus macht. Oh, super. Der legt ihn weg. Gut weg. Wow, fuck. Sehr gut. Sehr gut gerettet. Wow, scheiße. Nice Tor. Da muss man ihnen echt sagen. Das war ein schönes Ding. Schönes Ding. Ein wunderschönes Ding. Also, den hat er echt sauber hingelegt. Sauber die Horken geschnitten. Aber gradios. Mal schauen. Warte lieber. Ja, fein. Ich hol mir die Kugel. So. Ja, das bringt mir aber nix. Was macht ihr draus? Ja, sehr gut. Ich brauche ein bisschen. Boost, 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 boost. Sehr gut. Der ist so hin. Wunderbar. Schönes Ding. Schönes Ding. So kann es laufen. Kann man sich nicht beschweren. Das war ein astreines Ding. Wunderbar. Das hat doch mal funktioniert. Ohne Ende. So, jetzt bin ich aber näher. Und. Bum. Ah, scheiße. Na, super. Macht er was draus? Gut. Gott sei Dank. Haben die was draus gemacht. Oh, wow, wow. Wow. Nein. Scheiße. Gerade wollte ich springen und der andere hat mich... Ja, du hast mich weggedrückt, du Trottel. Gerade guckt, wie ich springen will. Und da ist er. Super. Jo. So. Nicht, ich habe ihn weggedrückt natürlich, aber... Ja, vom Nachhinein hätte ich... Sehr, sehr gut. Oh. In die falsche Richtung gedrückt. Ja, das war halt abgeblockt. Oh. Oh, sehr gut. Sehr gut. So. Oh, super. Der hat mich schön abgeschirmt. Muss man zugeben. Und? Wow, wow. Und ist drin. Sehr gut. Dankeschön. Da legte Davy das 2-2 hin. Bad. Und das ohne Boost. Ohne Boost. Ohne Boost. Ohne Boost. Ja, dann mach das mal. Ah, sehr gut. Ah, verdammt. Komm. Du brauchst mich echt nicht wegzudrücken, Bub. Komm. Sehr gut. Und weg mit der Kugel. Sehr schön. Sehr gut. Und macht es was draus. Jo. Wunderbar. Was für eine Vorlage vom guten alten Davy. Ja. Das muss man sagen. Das ist gradios. Guckt euch das an. Boing. Wunderbar. Wunderschön. Wunderschön. Sehr schöner Ding. Ja. Wunderschönes Ding. Ich geh jetzt mal in Verteidigung. Ja. Ja. Warten wir mal ab, was draus wird. Okay. Ich komm. So. Und weg. Der Kugel. Nein. Schade. Haha. Nein, nein. Doch, doch, doch. Der kommt genau auf mich. Boing. Danke schön. Das war doch mal wunderbar. Boing. Sehr schön. Und sauber die Hörgeschnitte. Ja. So. Weg mit der Kugel. Die habe ich leider ins Tor verlegt. Ach, der hat es verkackt. Von dich mit der Back. Und BAM. Oh, wunderbar. Jetzt weg mit der Kugel. Oh, wow, wow. Nicht in diese Richtung. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Sehr schön. Sehr schön. So, Leute. Das ist unsere Chance. Und ich bin heiß drauf. Wenn ich sie... Ich habe sie doch vorschön gelegt, Leute. So. Oh, oh, oh. So, komm. Bereits. Zumachen. Nein. Nein. Gerade wollte ich sie wegballern. So, weg. Haha. 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 Echibett. So. Boing. Scheide. Jetzt. Oh. Nein. Nein, 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 nein. So, zurück. Zurück. So. Sehr gut. Und jetzt. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Edgy Badge. Lauf doch. Und wunderbar. No. Oh, nein. Oh. Oh. Das. Oh, scheiße. Ich habe aus Versehen. Ich wollte dir rückwärts gehen und habe es verkackt. Oh, gut. Oh. Und jetzt. Oh. Oh. Okay. Sie verkacken es selber. Das ist sehr gut. Oh. Und jetzt. Jetzt kriege ich ihn. Nein. Ich kriege ihn nicht. Und der lauft. Oh. Der lauft doch nicht so gut. Und ich habe gedacht, der ist volle Kanne drin. Aber es scheint nicht. So. So, mal schauen. Oh. Schade, 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 schade. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Und jetzt. Wunderbar. Und der sitzt. Der sitzt sowas von wie das Fünf. Du. Du. Was heißt nice luck? Das war ein wunderschönes Ding, Mann. Sehr guter Schuss. Haut, Skelett. Ja, so würde ich das auch bestaubten. Boing. So, das ging in die Hose. Oh, schade. Ich wollte noch einmal. Schade, 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 schade. Sieger, Sieger, Sieger. So. Gradius. Was will man mehr, Leute? Zwei Tore. Eine Vorlage. Was will man mehr? Läuft doch, wie erwünscht, ohne gradiose Vorzüge. Muss ich sagen, läuft doch wunderbar. Wie findet ihr eigentlich generell so das Spiel als Rocket League? Also ich feiere es total ab. Wir feiern schon das nächste Three on Three ab. Ich bin mal gespannt, wie dieses jetzt hier ablaufen wird. So, keines, wo wir gerade eben im Team hatten. So, ich verteidige, weil ich hinter bin. Oh, ich mache mich bereit, wenn es soweit ist. Jetzt bin ich, oh, das ist scheiße. Ich gehe lieber wieder. Ich gehe lieber und mache bereit. Oh, sehr gut. Jetzt, jetzt mache ich mich bereit. Oh, muss ich nicht viel machen. Wunderschönes Ding, Mann. Wunderbar. Wunderbar. Das läuft doch wie geschmiert. Ja, ich mache heute noch mal drei Matches. Aber meine Frage, die ich euch stellen tue, ist, was wollt ihr lieber? Wollt ihr lieber zwei Matches Rocket League haben? So, jetzt bin ich, komm ich. Ah, schade. Oder wollt ihr doch lieber, dass wir es bei drei belasten diesbezüglich? Weil ich sage mal, drei Matches sind immer noch drei Minuten. Aber man muss halt die ganze Connects doch dazu rechnen. Und ja, das war gerade Humbug, weißt du, wie ich das gefahren bin? Also das war jetzt gerade echt, echt ein Humbug. Super. Und nein, ich habe es verkackt. Das hätte bitter ins Auge gehen können. Wow, 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 okay. So, machen wir es mal, wenn ich dazu komme. Ja, wunderbar. Oh, und jetzt? So, legen wir euch mal vor. Ah, schade. Money, money, money. So, honey. Like, be your girl. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Das legst du schön vor. So, ja. Sehr gut. Ah, schade. Wow, wow, wow. Ich muss, ich brauche Speed. Ich brauche Speed. Ich brauche Speed. Booms. Ich brauche Booms. Gib mir Booms. Gib mir Booms. So, da bin ich jetzt bereit hier. Für Booms. Für den nächsten Booms. So, lieber Verteidigung ein bisschen. Okay. Weil der kommt jetzt. Der sieht sehr sauber aus. Und jetzt... Nein. Oh, Gott sei Dank. So. Lieber Abwehr machen ein bisschen. Das sieht echt hier... Squeeze sie aus. Und ich verzapfe es. Oh, Gott sei Dank. Mein Lieber. Entschuldigung, komm. Nein. Was machst du, Bub? Wir rennen alle drei drauf. Und das ist nicht feierlich. Das ist nicht schlau, was wir gerade alle drei da machen. Lieber... Oh, super. Und ich mache gerade was. Ich weiß gerade selber nicht, was ich hier gerade mache. Das sieht aber trotzdem lustig aus. Oh, ja. Jetzt. Jetzt super. Nein. Guck dir das an. Da habe ich fast die komplette Abwehr verkackt. Oh, lieber. Ich mache... Oh, super. Jetzt macht mein Auto schon wieder, was ich will. So, komm. Oh, scheiße. Nein. Meine Güte. So. Schaffe ich es? Also, mein Auto macht gerade eben, was es will. Auf jeden Fall. Das muss man so was von bezeichnen. Wow, wunderbar. Wunderschön vorgelegt. So, jetzt. Super. Das kann nichts werden. Was wird es draus? Was wird es draus? Und... Jo, der hat mich weggeballert. So. Sehr schön. So, jetzt machen wir uns mal bereit. Falls die Kugel so kommt. Nein, sie kommt nicht. Wunderbar. Komm, gib mir Boost. Ich brauche Boost. Komm, gib mir Boost. Sehr gut. Boost einmal. So, Boost zweimal. Boost dreimal. Also, falls ich die brauche. Falls ich hier verteidigen muss. Aber ich weiß hier echt nicht, was die hier gerade fabrizieren tun. So. Alter, das ist ja echt apathisch. Guckt euch die Kugel an. Oh, was für eine Parade. Was für eine Parade. Wenn ich mal gerade ausbehaupte. Und jetzt... Oha, der Witzbold, ey. So. Nein. Ja. Jupp. Komm. Nein. Was macht ihr? Wo? Voll Pfosten, ey. So. Weg. Ein bisschen Bums gegeben. Das ist es. Alle drei. Das ist keine Taktik. Gar nichts. Da feiern. Jo. So passiert es halt. Das ist radios. Vorher war es so richtig... Taktik noch dahinter. Hier rasen alle auf einen Ball. Das ist umfassbar. Ja, ja. Was du nicht hast. Was hat er uns gebracht? Nichts. Ja. Weil jeder auf die Kugel will. Jeder will auf die verdammte Kugel. Und so wird uns auch das nächste Tor passieren. So. Gut. Ich habe ein Volley gelegt. Und jetzt macht ihr ihn rein! So. Danke. Das war ein gradioser Pass, wie ich ihn vorgelegt habe. Ja, ja. Mach. Mach ruhig. Ich hole mir lieber Boost. Sehr gut. Oh. Super, 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 super. So. Sehr gut. Hm. Scheiße. Komm. Weg mit der Kugel. So viel Glück kann man jetzt nicht haben. So viel... Wir werden extrem Pech haben, wenn man das jetzt nicht... Loft. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Gewonnen. Prospect Allied. Die nächste Liga ist erreicht. Sehr schön, sehr schön. Oh. Das nächste Match wird gesucht. Es war aber eine harte Nummer, muss man sagen. War eine harte Nummer. Guck mal, ich habe eine Rettung, eine Vorlage und ein Tor gemacht. Trotzdem war ich nicht der Beste in diesem Bezüge. So. Werden wir wieder ein 3 und 3 haben oder werden wir ein 2 und 2 haben? Das weiß ich jetzt nicht. Das wurde mir jetzt nicht gezeigt. Vielleicht haben wir wieder ein 3 und 3. Ja, wir haben tatsächlich wieder ein 3 und 3. Sehr schön. So. Wieder mit Pixel zusammen. Den haben wir ja gerade eben gehabt. Sehr schön. So. Jetzt kann ich es loslegen. Mal gucken, ob sie was draus machen. Nein, die machen gar nichts draus. Okay. So, ich hole mir mal lieber ein bisschen Boost. So, verteidige lieber erstmal wieder. Um zu gucken, ob was draus wird. Ob sie was draus machen. Dass ich lieber von der Entfernung... Ah, scheiße. Jetzt habe ich es verkackt. Sehr schön. Sehr schön. Wunderschönes Ding, mein Bob. Sehr gut gemacht. Exzellent. Gradios. Wunderbar. Sehr schönes Teil. Sehr schönes Teil. Wunderbar. Jetzt würde ich sagen, ist Gradios abgelaufen. Ja, dann mache ich es mal. Gehen wir mal. So. Ich hole mir es. Super. Okay. Nein. Wow, wow, wow. Okay. Das hätte echt knapp enden können. Aber die machen... Was machen sie draus? So. Nichts machen sie draus. So. Ich balle ihn mal weg. Oh. So. Oh, verdammt. Wow, wow, wow. Ich muss zurück ins Tor. Wow. Was denn? Und was für einer. Und was für einer. Okay. Was machen sie draus? So. So. Und weg mit der Kugel. So. Schön verteidigt. Und? Oh, schade. Ich hätte gedacht, ich habe dir eine gradiose Vorlage gegeben. Aber anscheinend nicht so. So. Ich gehe lieber auf Abwehr. So. Wie sieht es aus? Kommt er vor? Ja, der kommt vor. Sehr gut. Gestoppt. Und jetzt? Na, was machst du, Bub? Okay. Okay. Wupp. Wow. Okay. Was das werden sollte, weiß ich jetzt nicht, was die da fabrizieren tun. Aber es sieht interessant aus. Es sieht wirklich interessant aus. So. Weg mit der Kugel. So. Bam. Was machst du, du Trottel, ey? Ich habe die Kugel weggeballert. Super. Und? Nee. Gott sei Dank. Schöne Abwehr. Machen wir was draus? So. Gut. Gut. So. Nein. Ich hasse sowas. So. So. Gehen wir auf Abwehr. Hopp. Komm. Sehr gut. So. Ich glaube, das wird nichts. Ja. Habe ich mir fast gedacht, dass es so geplattert hat. So. Weg. So. Sehr gut. Sonst wäre er ja gradios reingegangen. Deswegen war es schon sinnvoll, was ich hier gemacht habe. So. So. Oh, verdammt. Das ging nicht gut. Nein. Scheiße. Scheiße. Ja. Den habe ich doch nicht gekriegt. Schade. 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 War echt ein schönes Ding, muss man sagen. Sehr gut. Und... Oh, scheiße. Das habe ich jetzt echt vermesemmelt. Nein. Ich habe es schon wieder versemmelt. Ich bin zu heute voll hosch. Ich bin gerade zu heute voll hosch. Ich habe es gerade echt versemmelt. Das hätte man echt so schön machen können. Nein. Ich habe es schon wieder versemmelt. Aber. Aber. Ach, schade. Das ist scheiße. Du Mistkerl. Du Mistvieh. So, komm. So. Das habe ich weg. Jetzt habe ich sie weg. So. Ach, scheiße. Und jetzt. Nein. Das hätte so schön werden können. So. Gut. Oh. Nein. Was machst du, du Trottel? Warum fährt er vor mir? Du Fockele. Du Fockele. Ich hätte ihn so sauber gehabt jetzt. So. Was wird da? Moin. So. Weg mit der Scheißkugel. So. Und was? Was machst du draus? Boosterkugel machst du was draus? Nein. Sehr gut. So. So. Kommt. Wird es was? Ja. Jetzt wird was. Nein. Ich habe sie so sauber bekommen. Der wäre voll Gradius zum Tor. So. Sehr gut. So. Was wird? So. Ja. Ja. Was für ein Ding. Aber eigentlich habe ich ihn doch getroffen, oder? Ne. Wir haben ihn zusammen getroffen. Sauber die Hohre geschnitten. Gradius. Und los. Boing. So. Sehr gut. Den haben wir. Und jetzt. Oh. Oh. Was wird? So. Verdammt. Ich lege ihn dir vor. Weißt du was draus? Nein. Egal. Oh. Oh. Sehr gut. Wuhu. Sehr gut. Der nächste Sieg ist auch in unserem. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen heute bei Rocket League. Wünsche euch ja noch einen schönen, 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 schönen. Wunderbaren Sonntag. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder. Und den nächsten. Komm mal doch das Community Play starten. Euer Dave. Tschüssi. Kowski.